In diesem Video nähen wir eine Unterhose für meinen Amelie-Schnitt und Puppen wie American Girl. Wir brauchen ein Unterhosenteil und etwas Gummizug oder Rüschengummi, um die Kanten zu versäumen. Ich benutze den 3-Punkt-Zick-Tack-Stich. Nähe das Rüschengummi an die Beinkanten der Unterhose. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schließe eine der Seitennähte. Öffne den Stoff wieder und nähe das Rüschengummi an die obere Unterhosenkante und dehne den Gummizug leicht beim Annähen. Hier kann man nun sehen, wie ich den Gummizug leicht dehne, während ich ihn annähe. Schließe die andere Seitennaht. Und dann sind wir auch schon fertig und können die Unterhose nach außen wenden. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Projekt gefallen und der Schnitt ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Video-Wünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!